servus pyrus herzlich willkommen zu einem neuen video heute für euch die aktuelle charge the king von fire event im test gekauft für 7,99€ beim fantasy laden also echt richtig richtig cool ja wir haben eine NM von 30 gramm 1 3 3 4 5 stück drin also auf jeden fall ordentlich 6 gramm netto explosiv masse pro böller sie waren erfahrungsgemäß auf jeden fall echt brutal gut ähnlich wie die funke finde ich funke db oder super oder 2 kann man sich aussuchen was man preis leistungstechnisch daran eher mag ich würde dann zu den funke böllern greifen persönlich aber immer mal so ein päckchen zum testen geht auf jeden fall klar ja und dann legen wir jetzt einfach auch sofort los mit dem test ich bin gespannt auf geht's the king von fire event los geht's ja ordentlich dampf dahinter gleichen zweiten hinterher echt druck dahinter definitiv super teile so ja 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 ja